Applaus Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu Beginn gleich klarstellen, worum es geht. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des § 130 StGB hat nicht das Ziel, den zurzeit geschützten Personenkreisen etwas wegzunehmen, den Anwendungsbereich zu verkleinern oder, wie ich in Kommentaren im Vorfeld lesen musste, das Hetzen und Pöbeln auf Minderheiten freizugeben. Wir wollen das Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Die AfD will nur eines, nämlich, dass auch die Deutschen vor Hetze und Pöbeleien geschützt werden. Durch unseren Gesetzentwurf soll eine Strafbarkeitslücke geschlossen werden. Herr Kollege Mayer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kurse-Brömer? Ja, Herr Kollege Mayer, schön, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Weil Sie ja die Deutschen schützen wollen vor Pöbeleien. Ich habe von Ihnen eine Rede gehört bei Pegida. Ja, da sagten Sie, hier im Bundestag säßen keine Eliten. Ich glaube, Sie wollten da wahrscheinlich Ihre Fraktion außen vor lassen. Aber jedenfalls alle anderen seien auf keinen Fall Eliten, sondern mehr so Funktionärseliten. Ich zitiere. Nee, Funktionseliten habe ich gesagt. Gut, dass Sie sich daran erinnern, Funktionseliten, die Sie aus dem Feld schlagen wollen. Richtig, habe ich gesagt. Sehr gut. Ich überlege, seitdem Sie diese Rede gehalten haben bei Pegida, wie hat er das vor? Also bei mir jedenfalls. Deswegen, weil Sie ja Deutsche vor... Oder möglicherweise ist es auch möglich, mich davor zu schützen? Sind Sie Schachspieler? Also darf ich darauf antworten? Ja, Sie müssen, wenn Sie antworten mögen, dürfen Sie jetzt antworten. Und der Herr Kurse-Brömer hört sich Ihre Antwort an. Okay. Und wir auch. Sind Sie Schachspieler? Ja, beim Schach sagt man aus dem Feld schlagen. Das ist ein Begriff, den man eben verwendet, wenn man Schachspieler ist. Und aus dem Feld schlagen bedeutet, dass wir hier strategisch uns so aufstellen, dass Sie, und auch von der Kompetenz her, so aufgestellt sind, dass Sie hier bald nichts mehr zu sagen haben. Können wir weiter machen? Also, noch mal. Es soll hier eine Strafbarkeitslücke geschlossen werden. Und das ist auch notwendig. Denn mittlerweile greift in diesem Land deutschen Feindlichkeit um sich. Ja, und das ist etwas, was hier immer so verschwiegen wird. Es wird immer nur eine Seite gesehen. Die andere Seite wird nicht gesehen. Vor zwei Jahren wurde in diesem Hohen Hause die Armenien-Resolution verabschiedet. Ein Mitglied im Vorstand des türkischen Elternbundes in Hamburg sah sich daraufhin berechtigt, Folgendes bei Facebook zu posten. Zitat, erhofft sich Türkei noch immer etwas Gutes von diesem Hundeklan. Erwarte nichts, Türkei. Übe Macht aus. Sie haben nur Schweinereien im Sinn. Möge Gott ihren Lebensraum zerstören. Fragen Sie einmal die Kinder in westdeutschen Großstädten, ob gegen sie schon einmal in der Schule rassistisch gehetzt wurde, gerade weil sie deutsch sind. Es wird jährlich über 100 Millionen Euro für den Kampf gegen Rechts ausgegeben. Für den Schutz der eigenen Bevölkerung vor rassistischer Hetze und Gewalt wird nichts oder so gut wie nichts getan. Das ist ein Skandal. Und das Schlimme daran ist, nicht mal den gleichen strafrechtlichen Schutz wie die in unserem Land lebenden Gäste von Frau Merkel billigt man den Deutschen zu. Und das Schlimme daran ist, man könnte auch den Paragrafen 130 StGB in seiner jetzigen Fassung auf rassistische Äußerungen gegen Deutsche anwenden, wenn man es nur willte. Man tut es aber nicht. In dem Fall in Hamburg, als die Deutschen als Hundeklan beziehungsweise in anderer Übersetzung als Köterrasse bezeichnet wurden, kam es nicht mal zu einer Anklage. Das Ermittlungsverfahren wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft eingestellt. Warum aber wäre eine Verfolgung jetzt schon möglich? Dazu muss man zunächst einmal wissen, dass das Schutzgut des Paragrafen 130 StGB der öffentliche Frieden ist. Das ist allgemeine Meinung. Es ist keine Vorschrift, die speziell Minderheiten zu schützen beabsichtigt. Schon mit der Fassung des Paragrafen 130 StGB im Jahr 1960 hat der Gesetzgeber entschieden, dass gerade nicht nur einzelne gesellschaftliche Minderheiten durch den Straftatbestand geschützt werden, sondern hat Tathandlungen gegen Teile der Bevölkerung unter Strafe gestellt. Wenn man den Begriff Bevölkerung als Oberbegriff sieht, dann sind doch auch die Deutschen nur ein Teil davon. Woanders als in Berlin, hier in Berlin wird dieser Befund deutlich, da braucht man nur einmal mit der U7 fahren und am Hermannplatz in Neukölln aussteigen. Dann merkt man das. Doch wir argumentieren die Staatsanwaltschaften und Gerichte, eine Strafbarkeit scheidet aus, weil die Deutschen nicht einen Teil, sondern die Gesamtbevölkerung darstellen. Das deutsche Volk sei kein unterscheidbarer Teil der Bevölkerung, da ein festes oder inneres Unterscheidungsmerkmal fehle. Das ist Unsinn. Eine Mindermeinung in der Literatur widerspricht dem auch ausdrücklich. Denn wenn Ausländer einen Teil der Gesamtbevölkerung darstellen, dann müssen auch Deutsche Teil der Bevölkerung sein. Alles andere ist unlogisch. Auch ein großer Teil der Gesamtbevölkerung ist Teil der Gesamtbevölkerung. Wenn Angehörige einer Bevölkerungsmehrheit gegen Angehörige einer Bevölkerungsminderheit hetzen, ist der öffentliche Friede das Schutzgut des § 130 StGB gefährdet. Herr Kollege Mayer, es gibt noch einmal den Wunsch einer Zwischenfrage aus der CDU-CSU-Fraktion. Von wem denn? Ich habe es ja sich gesehen. Wollen Sie die Zwischenfrage zulassen oder nicht? Das ist meine Frage. Das ist der Herr Müller. Den schätze ich. Bitte. Ja, der sitzt im Rechtsausschuss. Herr Kollege Mayer, das ist auch weiterhin der Fall bleibt. Herr Kollege Mayer, wie lange haben Sie denn in Ihrer bisherigen Tätigkeit Zivilrecht gemacht? Und wie lange waren Ihre Tätigkeiten im Bereich des Strafrechts? Denn dieser Antrag, der ist strafrechtlich dermaßen falsch und verquer, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Sie ausreichend fundierte Kenntnisse hatten, weil Sie ihn formuliert haben. Ja, aber das ist ja gar keine Frage. Die Frage lautet, ist doch ganz einfach, wie lange haben Sie als Zivilrichter gearbeitet und wie lange haben Sie als Strafrichter oder im strafrechtlichen Bereich gewirkt? Wenn man den Antrag liest, hat man den Eindruck, nicht allzu lange. Herr Kollege Mayer, Sie können die Frage beantworten. Sie müssen nicht, Sie können. Ja, also ich bin Zivilrichter gewesen und ich war Staatsanwalt. Gut, dann bin ich die Frage beantwortet. Fahren Sie bitte fort. Aber denken Sie auch, dass Ihre Redezeit geht auf dem Ende entgegen. Da die Staatsanwaltschaften und Gerichte diese Schlussfolgerung nicht ziehen, bedarf es einer klarstellenden Gesetzänderung, die vorsieht, dass auch das Hetzen gegen die Bevölkerungsmehrheit unter den Tatbestand der Volksverhetzung fällt. Es geht um den Schutz der Deutschen im eigenen Land, nicht mehr und nicht weniger. Diese wollen genauso geschützt werden wie die Gäste von Frau Merkel. Es muss Schluss sein damit, dass die Deutschen im eigenen Land zu Bürgern zweiter Klasse werden. Wir es immer wieder erleben. Um dies zu verhindern und zu beenden, sind wir jetzt, die AfD-Fraktion, hier in diesem Parlament. Wir sind gekommen, um zu bleiben, und wir bleiben, bis wir uns hier durchgesetzt haben. Vielen Dank. Nein, das geht nicht. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Ingmar Jung, CDU, CSU-Fraktion.